Hallo und ein herzliches Willkommen an unseren ersten Gast von unserem neuen Kulturformat Kult Art hier auf Heibe TV. Gerhard Samberger, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Hier dreht sich ja alles um Kunst und Kultur und gedreht wird im ältesten durchgehend bespielten Theater Österreichs, im Stadttheater Leoben. Und du bist ja quasi untrennbar mit diesem wunderschönen Haus verbunden, denn seit 2003 warst du der Leiter vom Stadttheater, natürlich auch jahrelang Kulturmanager von Leoben und mittlerweile Geschäftsführer vom Live-Kongress Leoben. Wie bist du zur Kultur gekommen? Naja, das war eigentlich ganz spannend. Nach meiner Handelsakademie Zeit und dem Bundesheer im Jahre 1981 bin ich am 1. Juni in den Dienst der Stadtgemeinde Leoben getreten und eigentlich von Beginn an im damaligen Kulturamt. Und so hat sich mein kultureller Werdegang eigentlich entwickelt und über vier Jahrzehnte hat mich dieser kulturelle Werdegang nicht mehr losgelassen. Du hast ja auch das Kulturprogramm der Stadt Leoben mitgestaltet. Was war dir da wichtig? Worauf hast du da geachtet? Ja, tatsächlich über Jahrzehnte mitgestaltet, jemals mit den politischen Referenten, mit den Kulturreferenten, haben wir versucht immer wieder das Programm weiterzuentwickeln, spannende neue Themen hineinzubringen, darauf zu achten, was möchte die Bevölkerung gerne so einen ausgewogenen Spielplan zusammenzustellen. Und ich glaube, das ist aufgrund der Zufriedenheit und der Auslastung bei den Veranstaltungen ganz gut gelungen. Es gibt hier in Leoben zwei ganz besondere Spielstätten mit dem Stadttheater und mit dem Live-Kongress und in beiden hast du quasi deinen Namen verewigt. Das Stadttheater ist aber sehr alt, über 200 Jahre und der Live-Kongress ist ganz neu. Welche Unterschiede gibt es dann noch und was ist deine Aufgabe als Geschäftsführer vom Live-Kongress? Naja, der Live-Kongress ist nun, ja schon ein Jahr alt eigentlich, mit Ende Februar, Anfang März. Die Unterschiede sind eigentlich wesentlich. Das Stadttheater hier wird von Tourneebühnen bespielt und im Live-Kongress müssen wir doch versuchen, neben Kulturveranstaltungen eine Auslastung zu schaffen, die in Richtung Kongresse, Meetings, Feiern und so weiter gehen. Also das sind schon zwei unterschiedliche Themen, aber in der Gesamtheit spielt das eine mit den anderen zusammen. Der Stadttheater hat ja 283 Sitzplätze und der Live-Kongress bei Rhein-Bestuhlung 512 und es ist ja beides immer sehr gut ausgelastet. Woher kommt das Publikum? Rhein aus Leoben? Nein, Leoben ist doch das Zentrum, zumindest das Zentrum der Obersteiermark. Es kommt das Publikum natürlich aus der gesamten Obersteiermark. Wir gehen sehr stark in das Mürztal, teilweise Enztal und natürlich auch Murtal. Was ich beobachten kann, wir haben auch vor allem im Stadttheater immer wieder Gäste aus Graz, die das Angebot hier annehmen. Das heißt, es ist wirklich bunt gemischt aus der gesamten Steiermark und immer wieder, wir haben es bei der Operette jetzt oder bei der Operettengala gesehen, dass das Publikum auch aus Wien kommt und teilweise auch aus dem benachbarten Ausland. Du hast ja neben den schon besprochenen Funktionen auch die Städtepartnerschaft zwischen Südschau und Leoben geleitet oder inne gehabt. Inwiefern hat diese Städtepartnerschaft das kulturelle Leben in Leoben bereichert? Naja, es hat in den 90er Jahren, 1997 war ja die Landesausstellung und die erste Nachfolgeausstellung war aus der Partnerstadt Südschau im Jahr 1998, die Schätze der Hahn. Und das war für die damalige Zeit natürlich eine Sensation, dass diese Funde, die erst ein paar Jahre vorher in unserer Partnerstadt gefunden wurden, erstmals hier in Leoben in Europa ausgestellt wurde. Und das hat natürlich auch sehr das kulturelle Leben und ich sage einmal den Bekanntheitsgrad Leoben als kulturelles Zentrum sehr forciert. Zurück zum Städtepartner. Das ist ja eröffnet worden im Jahre 1789 und hat ja in diesen über 200 Jahren schon viel gesehen und erlebt. Kannst du was erzählen über die Geschichte des Städtepartners? Na ja, jetzt in ein paar kurzen Sätzen, wie gesagt, 1789 aus einer Bürgerinitiative entstanden. Das Bürgertum hat Theater für die Armen gespielt. Die Erlöse kamen den Armen in der Stadt zugute und es hat immer eine lebhafte Geschichte gegeben. Quer durch diese zwei Jahrhunderte. Das Stadttheater hat längere Zeit ein eigenes Ensemble gehabt, das sich gegen Ende der 50er Jahre dann aufgelöst hat und eigentlich seit den 60er Jahren wird es nur mehr als Tourneebühne quasi bespielt, wobei wir natürlich auch sehr stolz sind. Wir haben ein eigenes Jugendtheater, ein Kindertheater mit dem Leobener Ensemble, die auch kürzlich mit dem Kulturpreis ausgezeichnet wurden. Susi Zöllinger und Viktoria Steiner. Auf das darf man sehr stolz sein und das wird von der Bevölkerung aussprechen. Gut angenommen. Durch diese verschiedenen Produktionen, die hier gespielt werden, stehen ja auch wirklich die verschiedensten Menschen auf der Bühne, also Kinder, Laien und Superstars. Und das heißt, du hast bestimmt viele Persönlichkeiten schon kennengelernt in den vergangenen Jahren. Gibt es da irgendeine Begegnung, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Na ja, im Stadttheater Leoben in den Tourneeproduktionen waren wirklich sehr viele sogenannte Superstars dabei. In Erinnerung erst die kürzlich verstorbene Christiane Hörbiger, die hat, glaube ich, die Vorstellung, das Konzert gespielt. Heiner Lauterbach, der eingebildete Kranke, ist mir so in Erinnerung geblieben. Ja, da gibt es zahlreiche. Aber ich sage jetzt, außerhalb des Theaters haben wir sicher durch unsere großen Open-Air-Konzerte am Leobener Hauptplatz einige Superstars hier in der Stadt gehabt. Das erste Konzert ist mir natürlich besonders in Erinnerung. Es war Elton John. Keiner hat uns zugetraut, dass er tatsächlich auftritt. Und er ist dann auf die Bühne gegangen am Leobener Hauptplatz. Und ich habe schon eine leichte Träne dann im Auge gehabt, dass das wirklich funktioniert hat. Neben deinen vielen verschiedenen Funktionen gibt es wahrscheinlich eher wenig Zeit für Freizeit. Aber ein bisschen was hoffe ich doch. Wie verbringst du dich? Freizeit muss man sich einfach nehmen. Man versucht doch, in meinem Alter besonders schon, so eine gewisse Work-Life-Balance zusammenzubringen. Es gibt öfters Phasen, wo es intensiver ist, wo zahlreiche Veranstaltungen hintereinander sind und ich doch in der Früh schon wieder im Büro bin. Was mir aber extrem hilft, ist natürlich nach wie vor dieser sportliche Ausgleich. Laufen gehe ich nicht mehr so gerne. Ich gehe jetzt eher Woken. Meine Frau treibt mich da immer sehr, sehr stark an. Und in der schönen Jahreszeit gehen wir sehr viel Fahrradfahren. Und das ist schon eine gewisse Ausgewogenheit, die mir körperlich gut tut, sagen wir so. Lieber Gerhard, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch und auch dafür, dass wir hier im Stadttheater drehen dürfen. Und ich denke, es zeichnet auch dieses Theater aus, dass so viele Menschen, du weißt ja auch ich, diesen Ort so sehr lieben und so viele Künstler so gern hierher kommen. Und ich hoffe, Sie sind auch bei den nächsten spannenden Gästen wieder mit dabei. Schalten Sie ein!